Hallo und herzlich willkommen zurück zu Battlefield 3, mitten im Gefecht. Ja, wir sollen ja hier unseren Kranzi retten, helfen, supporten, wie auch immer. Und das werden wir jetzt einfach mal einleiten hier. So hoffentlich. Ist das ein Busch? Ja, toll. Ich habe den Busch erschossen. Nicht gut? Doch gut, ich weiß. Ja, aber diesmal werden wir da oben nicht einfach nur so rumgammeln. Wenn mir so sicher ist... Autsch, 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 gar nicht gerade. So. Ah, 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 ah. So, jawoll nicht. Da haben wir noch einen. Ja, das Nachtladen. Schnarch. ja genau endlich doch hallo wenn mich mal in Ruhe lassen mit euren scheiß Granaten ich hab zwar keine Ahnung das ist mir richtig oder? boah alter dass hier alles angekriegen kommt gehts noch? so ihr habt noch einen scheiß weg das nachladen hätte man sich sparen können alleien ehrlich das ist noch gar nicht aufgefallen bdbbwb bdb ob du oh die wem wide where Osten? Wo ist denn Osten? Süden? Osten? Osten? Was ist der Richtung? Osten? Ja, okay. Ist in Ordnung. Komme. Auf den Weg. Ich laufe. Ich eile. Ja. So. Give it to me. Give it to me. Bapapapapapap. Mohun. Toll. Ist doch nichts gehörtzt. Vamlich Mohun Action hier. What the? Ja. Ja? Ja? Hallo? Wow! Einige Scheiße! Oh oh! So Mission Aufstand So so Tja, das ist doch mal echt ein Vollminanter Einstieg Erst drei Folgen so quasi Ich glaube auch schon dreimal gestorben Sie behaupten also, Sie waren nach dem Erdbeben bewusstlos Ja, Sir Sparen Sie sich das, Sir, das wird Ihnen nicht helfen Weil Sie mich so oder so foltern werden So arbeiten wir nicht mehr, jetzt lassen wir Sie einfach von der Bildfläche verschwinden Ganz toll Wie lange waren Sie bewusstlos? Die Sonne war untergegangen, als ich zu mir kam Da war ein Funkspruch Wie lange genau? Sechs Stunden, acht Das ist wichtig War das ein Zug? Sind wir am Hunter's Ball? Konzentrieren Sie sich auf die Frage bitte Ich war noch ziemlich benommen, als ich mich rauszog Deshalb weiß ich es nicht Und es war dunkel Als Sie sich rauszogen, waren Sie begraben? Ich konnte etwas erkennen Sie sagten doch, es war dunkel und Sie waren angeschlagen Machen Sie sich lustig über mich? Wir sind nur zum Vergnügen hier, Sergeant Blackburn Unterhalten Sie uns Na los Wenn Sie das sagen Es war also dunkel und Sie waren angeschlagen Und nach dem Beben sahen Sie etwas Was war das? Das werden wir wohl jetzt erfahren Denk ich mal Denk ich mal Leben oder sterben 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 Hat er aber Glück gehabt, der liebe Pektor. Ja, bis hier irgendwo hatte ich gespielt. Uiuiui. Jetzt sollen wir uns mal hier durchschleichen. Ganz viele Patrouillen. Oh, jetzt müssen wir aber ganz ruhig sein. Das haben wir ja gerade schon gesehen. Ist da einer? Da ist da einer. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Dann machen wir mal lieber die ganze Entdeckung. Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Kommt raus. Versteckung wird als Angriffkanzel eingestuft. Eieieieieieieiei. Aua. 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 Du blöde. Geh weg. So. So. Jetzt sind wir schuld. Was sind wir jetzt hier? Einfach schauen, wir hier erstmal an Sicherheit zu sein. Oh, shit. Was machen wir denn jetzt? Zack. Das haben wir jetzt schon noch nicht. Wir schwuchteln. Nix da. Kann ich denn das Licht überhaupt wieder ausmachen? So. Aua. Aua. Alter. Hat er uns gleich hier. Gibt's ja wohl nicht. Ich merke schon, wir werden noch ein paar Mal mehr sterben. Das ist ja nicht so nett. Mal eine Folge ohne sterben, das wäre mal was. Komm hier. Zack. Gar nicht lange fackeln. Zack. Okay, so viel dazu. Ganz so aggressiv sollte man dann doch nicht vorgehen. Ach, Arschloch. Das ist nicht genau erwischt, du Perner. Toll. Super. Schon besser. Ich habe schon mal schon mal kein Wort verstanden von dem, was er da gebrabbelt hat. Gar nicht so einfach hier Gegner auszumachen. Nee, ist klar. Weil eine reicht ja noch nicht. Sind denn da welche? Was ist da jetzt passiert? Was ist denn denn in die Luft geflogen? Okay. Haben wir jetzt beide? Das war natürlich geil. Ist das schon. So, wieder noch um den. Nochmal Muni. Ach, das ist ein Schrot. Nee. Dann lieber sowas hier. Da kann ich nicht mehr mit anfangen. Hallo? Koppelheck. Das sind aber eine Menge. Das sind aber eine Menge. Drei? Drei? Das kann doch nicht sein. Das sind noch mehr als drei. Scheint ja nicht. Na gut. Das sind Waffenkisten. Das sieht aber echt nicht gut aus hier. Was, was, was? Ja, und jetzt? Bin doch. Was ist die denn? Ah, die ist das. Alles klar. Aha. Au. Achso. Ey! Mann, 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 Mann. Die schießen aber auch echt gut. Und ich muss sagen, ich habe echt Probleme, die überhaupt in den ganzen Gewusen, in den ganzen, ja, Effektgewitter wirklich auszumachen. Das ist echt ein Problem. Okay, da sind aber auch noch eine ganze Menge. Wow. Das ist auch noch da mit so einem Leuchten. Finde ich nicht nett. Ja, komm, ihr Wichser. So, mal schauen, hier. Kann sich echt eigentlich nur ins Mündungsfeuer richten. Ja, oh, wie viel kommt denn da? Oh, wie viel kommt denn da? Das ist ja schon... Alter! Warum kam das denn jetzt? Ey. Da! Arschloch. Au. Ich hoffe, ich habe getroffen. Einfach mal raufgehalten da. Scheint echt. Der ist tot. Der auch. Na, haben wir sie jetzt endlich. Ne, da war das. Holy moly. Ach, da oben ist da eine Waffenkiste. Tatsache. So sieht zumindest so aus. Oh Mann, ey. Dass wir hier schon wieder alles an Typen umgelegt haben. Wie? Ich auf? Was geht denn da ab? Da, nach? Ja. Ja. Genau. Da kommt man jetzt aber trotzdem nicht raus. Na? Oh. Die sieht doch nett aus. Was ist denn das für eine Waffe? Ja, doch. Die sieht ganz nett aus. Oh. Viel besser. Da. Viel, viel besser. Gefällt das hier nicht so alleine. Bin ich ja nicht so ein Fan von. Nichts zu sehen. Was? Aua. Von da nass jetzt ja. Okay. Was bist du Arsch? Das Ding kann Auto. Na. Das ist nicht so schön. Nur so 3er Burst. Wow. So was? D3A3. So. Monsterflap mal an. Ne. Ah doch. Überall. Jetzt erst mal. Da lang. Uiuiui. Arschloch. Das hab ich woanders vorgestellt, wa? Die kennen wir schon. Sind wir hier nur? Ah. Ist das kaputt? Ja klar. In Zeitlupe, oder was ist das gerade gewesen? Naja. Was für ein Ding? Ein Einkaufswagen. Juhu. So. Mit diesem typischen Sound dafür. Okay. Diese kommen wir da nicht durch. Komisch. Naja. Na gut. Jetzt würden wir ich, äh, würden wir ich, ja, mhm, geiler deutsch und so. Ich würde einfach mal sagen, wir sind dann auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Und ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt. Und ja, schaltet dann auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn Scythe Battlefield 3 aufbaut. Bis zum nächsten Mal wieder. 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 Bis zum nächsten Mal wieder.